So Leute, heute der PoB-Perspektiv, also hier ist jetzt das was ich sehe. Aus Verkaufenheim heute, Heimspiel, heute Lingsspielpause, Lingsspiel ist mir relativ gut zuhause, mal schauen wie es heute ist. Mit dicker Jacke bin ich heute unterwegs, also ihr seht es jetzt nicht, ich habe nicht so dicker Jacke, meine übrigen Tagjacke aus Russland. Elfte Handschuhe sind natürlich auch am Start heute. Es wird Teil 1 im Flot sein, es werden drei Teile sein, ich weiß nicht, wie viele ich es aufteile in meinem Video. Ich will ein bisschen ranhalten, aber ich muss zum Zug, am 137, am Hauptbahnhof mit einem Kollegen drüber, Fabian, ihr kennt ihr noch von dem Stöckert-Video unterhalten, aber wir waren heute im Stöckert zusammen drin, wo ich euch mitgenommen habe, zuerst das letzte Heimspielte der Saison. Ja, Prognose gibt es dann vor dem Stadion, oder später im Stadion gibt es dann Prognose, wenn, das habe ich schon gehört, 3-1 heute voraus hat, also schon recht interessant. Wir reden wir schon bei Hoffenheim, wir hören uns später.